Orega, Oreni, On-Demand, Giant-Uda! Ja, äh, liebe Freunde, bevor ich euch gleich erkläre, was ihr da auf dem Bildschirm seht, möchte ich mal ganz kurz was sagen. Hm, es gibt bestimmt viele Fragen, aber es kommt gleich. Konzentriert euch erstmal auf Folgendes. Ihr habt ja gesehen, dass es in letzter Zeit relativ wenig Videos gab. Für die, die den Feed lesen, also meine Füße, die werden es vielleicht schon gelesen haben, dass momentan mein eigentlicher Laptop in der Reparatur ist. Deswegen kann ich zurzeit leider keine Videos hochladen, weil der Laptop, an dem ich jetzt gerade sitze, der ist ein bisschen antik. Das heißt, er ist drei Jahre alt etwa. Deswegen sind hier Aufnahmen eigentlich kaum möglich. Aber, äh, Games wie diese, die ihr ja gerade seht, die gehen natürlich ohne Probleme. Das Game heute, also ich hab mir gedacht, bevor ich eben gar nichts hochlade, gebe ich euch das Game. Das heißt Scrotum Quest, wie ihr uns schwer erkennen könnt. Das Game wurde hergestellt vom lieben Zwiebel Otter. Wer ist Zwiebel Otter, werden sich einige Leute denken. Der Junge war zeitlang Let's Player, hat seiner Karriere leider mittlerweile beendet auf YouTube. Der Link ist trotzdem in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal reingucken. Der Junge ist mittlerweile auf Steam ziemlich aktiv. Der Junge pumpt mich immer mit Games zu auf Steam. Und er hat vor kurzem sich an den RPG Maker gesetzt und ein kleines Game eben herausgebracht. Und das kam am letzten Endes dabei raus. Und da hab ich mir, der hat mich gefragt, ob ich's jetzt playen kann. Hab ich natürlich gesagt, ja. Chef, kein Problem. Ähm, das Game schon mal vorneweg. Er hat gesagt, es ist eigentlich nur ein Fun Game. Und er hat noch gesagt, das ist, also sein Humor ist da drin. Und wer seinen Humor kennt, der wird schon wissen, was auf ihn zukommt. Wer nicht, könnt ihr es mittlerweile am Titlescreen schon sehen. Und vielleicht an der Musik, die gerade schon kommt. Egal. Ich kenn's selber noch nicht. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Deswegen würde ich sagen, I report with my hands. Mal schauen, was das jetzt gibt. Ich weiß auch gar nicht die Controls, aber ich denk mal Falltasten wahrscheinlich. Kontinent der Genitalien. Okay, das ist also der Kontinent der Genitalien. Beeindruckender Ort. Ja, das muss es sein. Ich erkenne ja alles an der Fassade. Göttlicher. Hier gibt es Roulade mit Kellogs. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das letzte Mal, als ich hier war, war mein Opa noch ein stolzer Krieger im Sand Sahnetrupp. Schöne Zeiten. Eier wurden dort auch rausgebrochen. Oh man. Lass uns einfach mal das erste Loch entlüften und nachsehen. Deine Vorschläge sind stets genial. Sie sind stets genital. Dachte ich, kommt jetzt. Aber gut. Göttlicher. Sahne statt. In diesem Dorf habe ich damals meinen ersten Sack bekommen. Mir kam ebenfalls zu Ohren, dass die Einwohner viele Probleme mit den Säcken haben. Das muss doch ein Gerücht sein. Wie kann ein Dorf mit dem männlichen Hodensack in Verbindung stehen? Wir müssen mehr in Erfahrung bringen. Ich spüre spontan, dass dies unsere Bestimmung ist. Und der Inhalt meines Sackes wird langsam ge- Oh mein Gott. Ich spüre ebenfalls eine Verfeinerung des Inhalts meines Sackes. Oh man. Wie soll ich durch dieses Game durchkommen, ohne die ganze Zeit zu lachen? Irgendetwas Teufliches geht in diesem Dorf vor. Wir sollten uns hier genauer umsehen. Ich glaube, dort oben liegt auch Senf. Ist das eine andere Stadt jetzt, oder was? Es könnte auch mal eine gelbe Verfärbung des Bodens sein, wenn man es mal so beobachtet, oder? Mein Hirn grübelt heute stets. Wir sollten mal die Dorfbewohner befragen. Nicht, dass die noch Dünnschiss haben. Ich versuche mal ein bisschen, denen eine eigene Stimme zu geben. Okay. Ihr seht gerade, das Game lag ein bisschen. Das liegt nicht am Game an sich, sondern einfach an meinem Laptop. Ich hoffe mal, der kommt damit klar. In dieser Stadt gibt es auch Pillemänner. Sie nennt sich Sahne-Stadt. Der Ausgang befindet sich links. Unten hausen Würmer, aber sie sehen einen nur beim Verlassen der Stadt. Deshalb kann man von unten reinkommen, aber man muss die Stadt links verlassen. Verstehe ich nicht ganz, aber ist egal. So. Gehen wir mal rein hier. Ich denke mal, das ist da alt im Shop. Sieht so aus. Moin! Was willst du kaufen? Gib mal her. Dann schau mal her. Was hast du denn? Okay, die Währung ist Sand. Alles klar. Heilung mit Senf. Heilt die Wunden von Dämlichen. Entgiftung mit Pappe. Gift ist keine Wohltat. Pappe kann entgiften. Okay. Blinde Pulle. Heilt Blindheit. Wenn er... Beleber. Wenn er tot geflogen kommt, vertreibt ihn der Beleber prompt. Mana Pim. Er pimmelt das Mana zurück. Ja, gut. Okay. Oh, jetzt ist meine... Alles cool, Jungs. Ich wäre gerade nur ein bisschen doof. Aber das sind wir ja gewohnt. Moment, da oben ist ein Spalt. Soll der mir irgendwas sagen? Nope. Gut. Wird er sein können. Okay, da habe ich jetzt auch gesagt, ich soll mit jedem reden und in jedes Haus reingehen, weil jeder irgendeinen bekloppten Dialog hat. Bin ich mal gespannt. Mir ist langweilig. Ich habe mir den Sack geprägt. Aber die mehrere Dialoge... Nee. Gut. Dann mach mal damit weiter, Schobbis. Was hast du denn zu sagen hier? Hau ab! Das hier ist Selbstmordversuch. Ich hoffe, ein Jäger wird mich erschießen. Die Sacksoche in diesem Dorf macht uns alle fertig. Ich wünschte, ich wäre nie hier geboren. Okay. Shit. Kacke ist at the dump, anscheinend, in diesem Dorf. Aber gut, bei dem... Bei dem Namen wäre das auch... Ist mir das auch... Ist das nicht wirklich verwunderlich? Kann ich das nicht aufnehmen? Das blockiert mir den Weg, aber ich kann es nicht aufnehmen. Ich lebe hier schon seit dem zweiten Käferkrieg und stelle mir seit vielen Jahrzehnten eine Frage. Wenn man eine Tüte voll mit Sand kaufen möchte, bezahlt man dann mit Sand... Ist der Sand halb voll oder ist er halb leer? Das ist natürlich die Frage. Ach je, ihr süßen Knoblauchritter. Mensch, da denke ich mir doch gerade noch Geigentum und dann kreuzt ihr auf. So ein Zufall. Äh, wie gering muss die Wahrscheinlichkeit für so ein Ereignis sein? Nicht wahr? Sag mal, wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr einer alten Frau mit Lepra einen Gefallen tun? Natürlich, bezaubernde Damen, helfen wir gerne. Nein, dann könnten wir uns ja anstecken. Ja, helfen wir natürlich. Oh, das ist ja so freundlich. Seht, ich koche gerade eine neue Suppe nach antikem Rezept. Sie soll heilende Wirkung haben. Eigentlich kann sie bereits verzehrt werden und ist fertig, aber sie schmeckt fürchterlich. Es fehlt die gewisse Würze, das kriegt noch kein Mensch runter. Könntet ihr mir eventuell einen Urinstein von den Fledermäusen vor dem Dürfen... ...dorf bringen? Das würde sehr helfen und den Geschmack der Suppe sehr stark verfeinern. Da wird mein Mann sich freuen. Wir sind schon unterwegs. Einmal Urinstein zum Mitnehmen. Kommt sofort. Wir melden uns, wenn ein feiner Stein in unserem Sack ist. Das ist zu gütig. Kann man sich damit entwickeln? Okay, dann wird einen kleinen Kalauer reingehauen. Okay, ist das eine Sidequest oder ist das tatsächlich eine Hauptquest? Das ist natürlich die Frage jetzt. Ich habe Lust, heute mal Reh zu jagen. Okay, ich dachte, jetzt kommt irgendwie das Bekloppteres. Aber das war ja noch relativ zahm. Vielleicht bekommen wir dafür auch Sahne, würde ich schon sagen. Sand und können da irgendwas kaufen. Chef, wie lautet dein Wunsch? Was hast du denn im Angebot, deine Visage nicht mehr sehen zu müssen? Wunderschöne Fleckenzwerge. Ja. So, was haben wir hier? Holzstab. Wenn man ihn anpustet, kann er sogar zaubern. Sauachst aus dem Darm einer Saugeschmiede. Diese Axt spaltet auch Kinder. Wolle-Walters-Robe. Die Robe von Wolle-Walters-Arm. Ketten-Bep. Ein Beppo-Aus-Ketten. Ich glaube, das ist eine Chain-Vest quasi. Im Neu-Preußisch. So. Also ja, den haben wir schon gehabt. Okay, da ist die Taverne oder was auch immer da links. Ich glaube, hier geht es auch weiter in dem Haus. Ihr blöden Säcke, ihr habt ja gar keinen Hutenschutz an. Wisst ihr nicht, wie gefährlich es in dieser Gegend ist? Diese Information ist uns im Gang. Naja, ist ja auch egal. Moin, bin Tim. Hab einen Gendefekt an meinem Sack, da ich den Schutz ebenfalls vergessen habe als kleines Kind. Und durch den Gendefekt wechsle ich stetig meine Haarfarbe. Meine Haarfarbe. In der Sonne sieht es sogar aus wie eine Glatze. Ihr Blöden. Nehm doch einfach einen Hut. Unfassbarer Vorschlag. Naja, Theos Lepolas. Das pfleg ich jetzt zu sagen. Unser Dorf braucht dringend eure Hilfe. Ihr seht aus wie göttliche. Der Dämon Pipikop hat uns unser schönes Dorf verflucht. Päckes. Alle Männer in unserem Dorf bekommen einen extrem cremigen Sack. Dadurch können wir uns nicht fortpflanzen. Und mein Vater sagt auch immer aus... Oh Gott. Ähm, ich verstehe die Bedeutung nicht, denn Pinkeln tut ihr ja noch blindend. Wie auch immer, ihr müsst uns helfen. Wir werden aussterben, wenn der Sackinhalt nicht wieder normal wird. Es wird sonst keine neuen Dorfbewohner geben. Kanelloni. Mega dumm. Beruhig dich, kleiner Timidein. Wir helfen dir. Sag uns, was wir tun müssen. Bist du der göttliche, den es gibt? Ihr müsst den... Ne, bist der göttliche, den es gibt. Ich glaube, die göttliche Stimme meinte er. Er müsste den Ring der legendären Urwaldsau aus den Wäldern der Sahne holen. Mit dem Ring kann der Dämon vernichtet und die Säcke wiederhergestellt werden. Das machen wir, wa? Äh, sind ja keine Unmenschen. Man sieht sich, kleiner Tim. Wir melden uns, wenn wir den Ring haben. Das wird aber nicht einfach. Die Urwaldsau ist eine gefährliche Bestie. Ihr könnt die Stadt südlich von hier besuchen. Dort helfen die Leute sehr, sehr gerne. Und Sand ist dort eine Menge. Boah, wir machen uns auf den Weg. Okay, dann ist immer noch die Frage, was das mit der Suppe eigentlich heute ist. Das ist dann wahrscheinlich eine Sidequest. Ich glaube, die müssen wir auch in einer anderen Richtung verlassen, um da hinzukommen, um die Sidequests zu machen. Okay, dann, okay, in 1010, äh, ja, ich kann kaum noch laufen. Nein, die Bettler hier sollen wirklich sein, ja. Whatever. So, dann gibt es eigentlich nur noch einen Raum, glaube ich, hier, oder? Jawohl. Ein Häuschen. Sieht so aus, als könnte man dort hineinklettern. Möchtest du es wagen? Natürlich, kann der Bier sein. Ihr klettert in das verlassen Haus. Ja, das sind Kuscheltiere. Ja, aber Bären, es gibt sogar Bärenmilch. Ich fühle mich hier nicht wohl, lass uns abhauen. Aber dort, dort oben liegt Bier. Die Kuscheltiere können uns köpfen. Schau, ich weiß, dass du eine, dass du eine Mathematikschwäche hast. Wenn du mir die Anzahl der Kuscheltiere in diesem Raum korrekt ansagen kannst, dann gebe ich dir das nächste Mal im Gasthaus ein Bier aus. Kein Moment. Drei, vier, fünf, nein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Natürlich, 89. Das stimmt, hast du geübt? Naja, ich halte mein Versprechen. Im Gasthaus gibt es einen Pilz aufs Haus. Und nun raus hier, du Sahneschwein. Lecker Bier für den Marin. Okay, alles klar. Okay. Guck mal. Müsste ja eigentlich hier im Inn sein. Na, hallo. Schauen wir mal rein. Oder auch nicht. Ah doch. So, du Knoblauchwerfer. Wo bleibt mein Bier? Du Schwein. Hätte gehofft, du vergisst es. Naja, Frau Norenkopp. Gib mal eine Pulle Bier rüber. Das ist leider leer. Ich könnte sonst auch ein halbes Herz verkaufen. Oh ja, daran knabber ich sehr gern. Okay, Tobias. Wenn du mir ein Herz besorgst, verzichte ich auf das Bier. Na, dann geben sie mal das Herz rüber. Ich bezahle aber nicht. Kein Problem. Hier ist das frische halbe Herz. Du hast ein halbes Herz erhalten. Wie hast du das gemacht? Wieso musstest du nicht zahlen? Hypnose. Traumhaft. Danke für das Herzilein. Okay, wir haben ein halbes Herz. Ich glaube, das kann man schon mal merken. Ist gerade dieses eingefallen... Ähm, Moment. Können wir nicht hier in südlicher Richtung die Stadt verlassen? Äh, dann gehen wir mal nach... Oh, Moment. Hühner. Kann man die kaputt machen? Hühnwürste sind, dass Menschen verderben. Ja, das ist das Kanalmotto gewesen auch von den Kollegen. Auf Englisch heißt sie, ich kock. Das ist mir bewusst. Hat ja echt hier da was zu sagen. Ähm, habe muss papam. Okay, das werde ich mir auf jeden Fall in meinen Notizblock schreiben. Die dämlichen Hühner können sprechen. Das ist total verwirrend. So. Äh, ja. Kein... Ähm. Moment. War das nicht ein... Ah, nee, in südlicher Richtung, glaube ich, war es ja, ne? Ich glaube, das war... Ich glaube, das war Norden, was ich gerade versucht habe. Kann man auch hier raus? Das sieht irgendwie so aus. Ja. Okay. Äh, irgendwo wurde ja was von der Stadt gelabert, ne? Oh. Random Encounter. Schleimiges Sperma greift an. Okay. Ähm. Okay, was haben wir denn hier eigentlich? Spezial... Gar nichts. Verteidigen. Achso, nee, da wollte ich eigentlich gar nicht. Magie haben wir nichts, okay. Das heißt, wir können nur eingreifen erst mal. So, kämpfen natürlich wieder. Spezial. Okay, haben wir auch nichts. Alles klar. Haben wir hier was? Halbes Herz. Okay. Ach, kommt... Ah, okay. So ein bisschen mehr Hitpoints. Why not? Hab ich mir echt nichts sonst. Naja, gut. Learning by doing. Dann hauen wir rein. Haben wir den einen gerade nicht mit drei... Oder mit zwei fertig gekriegt? Naja. 30 SPs sehen Sand. Sehr gut. Sehr gut. Walle-Wulle-Stadt. Na gut, von mir aus. Gucken wir mal hier rein. Hey, was würde ich in meine gute Stube? Ich hätte gerne ein Kuscheltier. Oh, tut mir leid, aber das sind leider Erbstücke. Die sind unbezahlbar. Aber sagt mal, ihr seht aus, als könntet ihr mir helfen. Schon wieder. Wir helfen nur, wenn du Martin ein Kuscheltier gibst. Okay, okay, ihr bekommt einen Bären, aber bitte helft mir. Eventuell habt ihr schon das schleimige Sperma vor der Stadt bemerkt. Es ist eine Tragödie. Ich bin als Kind in einen Zaubertrank gefallen und nun habe ich eine Genmutation. Fürchterlich. Mein Sperma macht sich selbstständig und versucht die Menschheit zu vernichten. Ich kann nichts dagegen tun. Mir wurde dies erst klar, als meine Ex-Frau von innen aufgefressen wurde. Die Spermien haben an ihren Darm genagt. Die meisten Leute in diesem Dorf verdienen ihr Geld durch Samenspender. Aber das kommt für mich nicht in Frage. Ich bin nur ein armer Schlucker. Armer Schlucker in Verbindung damit ist ein bisschen merkwürdig. Bitte helft mir, wenigstens das Sperma außerhalb der Stadt zu ermorden. Ich möchte nicht, dass noch mehr unschulige Menschen leiden müssen. Ich habe bereits 16 Töchter, weil sie auch ohne Erlaubnis in Frauen pflanzen und dann sprengen. Was? Ähm, ihr müsst dieses Dorf retten. Ich habe nicht die Kraft dazu. Wir werden uns um dieses Problem kümmern. Das sollte kein Problem sein. Dennoch, halte dich bitte zurück und mach ein Schloss an dein Glied. Vielen Dank. Ja, mein Glied ist bereits mit einem Zauber versiegelt. Da kommt absolut nichts mehr raus. Dennoch geistern draußen schon seit Jahren viele Spermien rum. Wenn du drei Paare vernichtest, wäre das schon eine große Hilfe. Komm zurück, sobald du das erledigt hast und ihr bekommt euer Kuscheltier. Okay. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Haben wir ja gerade... Das war eigentlich der Plan. Eine Ladung haben wir ja gerade schon vertilgt. Mord und Tonschlag. Das sollte auch mit dem gleich passieren. Okay, das ist anscheinend wieder ein Itemladen oder hast du irgendwas? Moin, wer willst du kaufen? Nix. Dachte schon, dass die vielleicht auch eventuell alle immer unterschiedliche Dialoge haben. Da hat wohl einer hier geschlampt. Ne. Achso, ne. Das ist ja auch wieder ein Itemladen. Ich glaube, für 10 Sand haben wir ja gesehen, gibt es noch nicht so viel. Du bist wunderschön. Vielen Dank. Ich habe eine Pflegekur hinter mir. Da habe ich meinen Sand offensichtlich gut investiert. Sag mal, bist du eventuell ein Lebewesen? Knuffi, Knuffi Lante nennt man ihn auch. Echt? Danach habe ich gesucht. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Meine Schwester hat gestern auf einem Berg hinter der Stadt nach Wolle gesucht. Doch dann erschien plötzlich ein Vampir. Sie hat einen Schock bekommen und sich zusammen mit dem Vampir gesprengt. Gestern habe ich dort sauber gemacht. Das war wirklich kein schöner Anblick. Allerdings habe ich wohl beim Bücken meine Blutwurst verloren. Könntet ihr bitte den Berg hochsteigen und mir die Blutwurst? Das wäre sehr nett. Habe gleich einen Termin bei meinem Schönheitschirurg und die Wurst soll aber nicht schimmeln. Natürlich, den Schimmel verpässtet sonst die Luft. Nein, ich bin Vegetarier und sehr erzuren. Natürlich machen wir das. Das ist zu gütlich. Sowas machen nur echte Helden. Das ist doch für eine Sidequest, ey. Das ist ja echt wahnsinnig. Nicht erwartet. Das Game ist übrigens innerhalb von einer Stunde oder dreiviertel Stunde durch. So viel mal vorneweg. Ich muss mich beherrschen. Nicht unter den Drog zu läuern. Du Schwein. Oh, ähm. Hey, ja, ähm. Die Leichen. Also, kann ich, äh, kann das einfach erklären. Mein Bruder hat die Hausfrau erstochen, weil sie bei Maumau geschummelt hat. Aber sowas ist doch schrecklich. Ich musste ihn bestrafen. Also habe ich ihn mit einem Kissen erstickt. Der hat dagegen angekämpft wie ein wütender Löwe. Verrückt. Ja, also, ich bin echt ungeduldig. Ich, äh, sagte es nicht meinem Vater. Ich werde jetzt noch eine Suppe aus den beiden kochen. Dann muss ich ja meine Ressourcen nutzen in dieser armen Stadt. Ihr werdet auch zum Essen eingeladen. Ach so, dann ist alles in Ordnung. Aber das Essen muss ich ablehnen. Es gab heute schon Knochen vom Schwein. Ein sehr starkes und löbliches Kind. Nicht viele hätten den Mut zu so einer Heldentat. Ein großartiges Mädchen. Totale Heldentat. Ist das ein Kalb? Sieht ganz so aus. Also in Horror Games wäre das Ganze ein bisschen anders aufgezogen worden, glaube ich. Aus dem Brunnen-Dodge springen oft Gnome. Ich muss die Köpfen. Das geht ihm jetzt echt ein bisschen durch, ganz ehrlich. Oh, der Elgin ist auch noch der. Ja, moin. Was ist denn da los? Mein Lieblings- und meine Lieblingsspeise ist Affenkot auf Sauleber. Und ich dachte, ich bin der Einzige. Meine Lieblingsspeise ist Rochenrachen. Es wird und wird nicht besser. Meine Lieblingsspeise ist Menschenfleisch. Okay. Meine Lieblingsspeise ist Entenschnabel, aber nur die Spitze. Meine Lieblingsspeise ist Hodenhaut. Meine Lieblingsspeise ist Milchkotelett. Meine Lieblingsspeise ist Schneckenfühle. Das ist aber keines davon. Sieht irgendwie so aus, als wäre es da auf dem Tableau, ehrlich gesagt, oder? Aber gut. So, was hast du denn Mr. Area 51 hier zu sagen? Stopp! Kletter da auf. Auf keinen Fall in die Mauer. Dort leben Hexen, die mit Voodoo experimentieren. Ich habe ihnen einen Streich gespielt und jetzt haben sie mich verflucht. Ich bin komplett grün und kann keine Kleidung mehr tragen, sonst ätzt die Haut weg. Die Haut? Die Haut von der Kleidung? Jetzt stelle ich mich vor der Öffnung und lasse keine Hexe mehr raus. Vielleicht ersticken die dann. Aber ihr dürft auch nicht rein. Das ist gefährlich. Okay, alles klar. Das heißt, hier müssen wir später wahrscheinlich nochmal zurück. So, wir müssen also erst mal eine Blutwurst für den Kollegen da rechts finden und noch irgendeine Zutat, die ich mittlerweile schon vergessen habe, die es irgendwo auf einem Berg gibt. Und die Stadt, die von der wurde, war glaube ich vorher auch nicht die Rede, in die wir eventuell gehen sollten. Oder? Ich war hier nur oben noch nicht, das kann auch sein. Yep, war ich anscheinend auch noch nicht. Okay, Weihnachtsmänner sind wir da anscheinend auch, so wie es aussieht. Ich hinterfrage einfach die Logik hinter diesem Game nicht mehr. Sand macht glücklich, ich habe mein gesamtes Vermögen für einen goldenen Thron verkauft. Seitdem ist mein Leben ein wunderschönes. Das ist super gemacht. Ich hoffe, dass hier nicht irgendwelche Items sind, die ich mitnehmen muss oder sonst wäre das ein bisschen doof. Machen Abgang, das hier ist das Vorbereitungszelt für Weihnachtsmann und Korkang. Okay, alles klar. Natürlich gibt es mehrere Weihnachtsmänner. Wie sollen wir denn sonst all die Geschenke verteilen, du Arsch mit Ohren? Das liefert sich nicht von alleine nach Panama. Ich habe es gewusst, ey, war so klar. Ich muss sagen, Löcher in, also diese Löcher da in diesen Mauern, die machen wir dann doch, geben wir ein bisschen zu denken auf. Ich denke mal, dass da vielleicht irgendwas, dass man da vielleicht irgendwo durch könnte. Ich esse kein Schweinefleisch. Okay, von mir aus. Oh, so viele Leute, mit denen man reden kann, das ist letztplätziger fast von selber, ist ja herrlich. Lass uns sagen. Dagmar, ich vermisse dich so sehr. Unsere Trennung war wie ein Speer. Es schmerzte sehr. Achso, Moment. Dagmar, ich vermisse dich so sehr. Unsere Trennung war wie ein Speer. Es schmerzte sehr. Meine Trennung heißt Arthea. Was ist nur Knoblauch? Das ist tatsächlich ein typischer Zwiebelauterspruch, glaube ich. Sucht mein Vater nach mir. Bitte verrate ihm nicht, dass ich hier bin. Ich bin nämlich eine Kuh und trage nur ein Kostüm. Man möchte mich schlachten. Das sind Dialoge, die seinesgleichen suchen. Also ja. Die Betten sind dreckig, das ist richtig. Kann man hier hoch? Ah. Ups. Ach stimmt. Ich glaube, in dem Innenfeuer konnte man auch nach oben. Vielleicht habe ich da einen Dialog übersehen. Falke, Adler, Tote Taube. Sand ist mein Glaube. Hammer, Amboss, Schraube. Sand ist mein Glaube. Apfel, Birne, Traube. Sand ist mein Glaube. Decke, Laken, Haube. Sand ist mein Glaube. Der hat eine Schraube. Nicht schlecht. Könntet ihr mich eventuell schlafen lassen? Ich brauche Ruhe und Erholung. Wurde gestern mit Entengrippe infiziert. Alles klar. Oh, mein, da oben ist vielleicht auch noch was, was... Wenn ihr einen Dialog münden könnt, sowohl auch nicht. Okay, gut. Das war's hier. Ziemlich dialoglastig, aber genau darauf wollte er auch hinaus, der liebe Otter, mit diesem Game. Das ist wohl eine Leiche. Okay, warum räumt denn... Warum räumt denn hier keiner auf? Der hat Krampfadern. Mhm, sounds legit. Ich bin ein Molekül. Ich bin ein Atom. Okay, ist das ein Rätsel? Äh, Moment. Sowas bin ich. Okay, der redet nicht. Und der auch nicht, okay. Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis sein soll oder so. Keine Ahnung. Warnung. Die Personen in diesem Haus sind verrückt. Ja, da gehen wir noch rein. Ah. Okay. Äh, wer das nicht kennt, schaut mal auf YouTube nach. Auf meinem Channel. Herr Pille, mein Papa, ja. Äh, keine Info. Herr Pille, mein Papa, ja. Der Otter schreibt die Lyrics und der, der das gerade rappt, bin ich. Also, er hat mir von diesem Raum schon erzählt. Hong Kong, Gong, Sahne, Miau. Jawoll. Unglaublich, was die Papa alles anstellt. Wir sind verdammt, das sage ich euch. Verdammt nochmal verdammt. Sie hat die Menschheit sogar mit Ohr beglückt. Ich denke, sie hat sogar mal auf einem Bau gearbeitet. Viele Legenden bestehen, doch ich denke nicht, dass wir die Pappe aufhalten können. Das ist hoffnungslos. Ich sollte sie ans FBI verpetzen. Geht mal auf meinen Channel, Herr Pille, mein Papaya. Die Pappe sprengt den Turm. Darauf, äh, basiert dieser Dialog. Ich sah es im Fernsehen. Die Pappe sprengt den Turm. Die Pappe sprengt den Turm. Es ist eine Schande. Ich nehme an, die Pappe war einst eine gute Persönlichkeit. Doch man hat, doch man machte einen Monster aus ihr. Es ist grausam. Sie sprengt nun alle Türme. Ich nehme an, da hilft nicht mehr als ein Sturm. Oh, Mann. Und es stand geschrieben, wenn der Satan Sen frisch aus Genf angereist kommt und Salz mit sich trägt. Ah, das ist doch gerade das. So wie Brot am Rücken kleben hat, wird er mit seinem Schwert die Kehlen vom Präsidenten durchschneiden. Oh, es kommt noch schlimmer. Die Überlebenden werden von Leuchten zu Tore gequält. Der Gong schallt bereits vom Fernasien hierher. In Senflingen sind die Straßen leer. Wir sind verdammt, wir werden nicht überleben. Niemand kann den Satan Senf stoppen. Es ist grauenvoll. Satan Senf wird die Welt bald einnehmen. Es besteht nur noch wenig Hoffnung. Nur die Ritter der Salzwürste können uns jetzt noch helfen. Ach so, ja genau, der Song, der gerade läuft, ist übrigens Satanssenf gegen die Ritter der Salzwürste. Ehrlich? Okay, jetzt können wir hier hinten doch her, aber ich glaube, hier ist dann nicht wirklich was, ne? Ich glaube auch nicht, dass diese Steine da irgendwas mit, mit einem, äh, irgendeinen Hinweis geben oder einen Quest haben, aber wir merken uns mal Atommolekül und zwar mal gar nichts. Die letzten beiden kann ich mir vor allem sehr gut merken. Im gar nichts merken bin ich der King. Ähm, so, haben wir jetzt hier eigentlich alles? Ja, ne? Genau, hier oben kommen dann wieder die Weihnachtsmänner. Ja, ich glaube, das war alles, ne? Nochmal auf Nummer sicher gehen, dass wir hier oben nicht irgendwas haben, wenn ich das irgendwie verplant habe. Ich glaube, wir haben ja mit dem Kollegen nicht gesprochen. Ahoi, moin, hey, ke, ke, hey, jeb, jeb. Ich hab dort eben noch gedacht, wat'n Tag, dann hab' ich, dann hab' ich gemerkt, dass heute Sonntag ist. Ja, moin. Auf den Samstag voll der Sonntag. Geht auch, ist, ist, geht auch nicht immer sonnig. Ja, das sagte was, sagste wat, moin. Hier scheint dat fast, äh, hier scheint dat aber fast immer. Dat dat heißer als ne Sau in der Pfanne, ich sag dir dat. Mensch, sag mal, du bärtigen. Hast du mal ne Minute? Moment, momentan nur eine halbe. Ja, Mensch, hast du eilig, wa? Moin. Das ist umso besser, joa. Ich muss ne Lieferung zur seinigen Sahnestadt bringen, hab aber eben erst dat Pferdefleisch in den Ofen gepackt. Kannst du dat für mich liefern? Wenn du dat machst, dann erfülle ich dir einen beliebigen Wunsch. Japus, jap. Dat muss ins Gasthaus, dort ist ne Nonne, aber ne Knorkelnonne. Äh, kannst dat mal einfach in der Hand drücke. Geh drüber, hab nem Wunsch parat. Jeb, kannst, äh, kannst dat nachher wünschen. Ich pack dat mal in deine Tasche. Heb dat aber eilig, moin. Lieferst das, 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 das schnell ab. Bah, mach es gut. Cremiges Paket, okay. Nicht, dass das eventuell ne kleine Farce ist, wenn wir das nur abliefern. Ah, ich, ne, ich glaub, ich denk da zu viel nach. So von wegen, ne, dann breitet sich der cremige, oder, ne, ist es in der Stadt? Ne, in der anderen Stadt war's cremig, genau. Ich wär' Gas. Ja, mach, mach. Wie ich diese Leute hasse. Wie ich diese NPCs hasse, die einfach mal die Brücke blockieren, ey. Wenn die, wenn die Pappe mal keine Türme, sondern in dem Fall einfach mal Brücken sprengen würde, dann hätten wir das Problem nicht gehabt. Okay, zumindest weiß ich schon mal, wo wir das abliefern müssen. Nämlich von der, bei der wir gerade ein halbes Herz bekommen haben. Machen wir das einfach mal eben. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das, äh, sind wahrscheinlich Sidequests und gehören dann eben nicht zur Hauptquests, deswegen heißt es auch Sidequests. Aber ich mach das mal.